Wir tauchen noch weiter ein und zwar in zwei Geschäftsmodelle von zwei Grossunternehmen. Und auch dafür möchte ich begrüssen den Bruno Rees, Partner bei der Wirtschaftsprüfung PwC und den Dieter Leopold, Vorsitzender in der Bankleitung der Raiffeisenbank St. Gallen. Sie kriegen gerade Ihre Mikrofone hierher, dürfen Sie sich schnell hier, vielleicht auf meiner rechten Seite, genau, dann kann ich Sie beide nämlich anschauen. Ja, die Herren, wir haben jetzt ganz verschiedene interessante Muster für Geschäftsmodelle gesehen, sechs an der Zahl. Herr Rees, welches hat Sie besonders beeindruckt? Ja, geschätzte Damen und Herren, gerade aus kurzfristiger Erfahrung Black Sox, weil ich vor zwei Wochen, weil mein Hoflieferant ausgestiegen ist oder das Geschäft aufgeht, habe ich Black Sox am Sonntag bestellt und siehe da, am Dienstagmorgen sind Sie da gewesen. Das ist doch etwas, das verschiedene Unternehmen auch in der Zukunft wird beschäftigen. Wo gehe ich weiter? Wo kann ich neue Kunden gewinnen? Wenn man heute die neue Generation von den Jungen anschaut, wenn ich das an unseren beiden Jungen anschaut, die E-Commerce direkt verkauft wird, das wird einen grossen Stellenwert haben in der Zukunft. Ein zweites Modell, das mich auch wieder fasziniert, wir sind noch im Winter. Verschiedene Skigebiete liegen jetzt am Rückgang von den ersten Eintritten. Da hat es ein Unternehmen gegeben, die Visi Arena, die vor etwa fünf Jahren warme Wetter gearbeitet hat und damit etwas gemacht hat in der vertikalen Integration. Man kann ja sagen, alles aus einer Hand, wo man warme Wetter gearbeitet hat. Da hat man für die Kunden etwas geboten, das nicht noch, die vielleicht drei Wochen wollen, in Skifahren gehen, aber damit auch noch ein Renditeobjekt erworben hat. Der Vorteil ist auch da, der Kunde hat den Nutzen, erstens, dass er drei Wochen in die Ferien kann, zweitens, dass er eine Rendite hat und der noch wichtiger Erfolg ist bei der Visi Arena, damit er viel mehr Erst-Eintritt hat und wenn man heute die rückläufigen Zahlen anschaut, wären die noch rückläufiger, wenn das Geschäftsmodell nicht vor fünf Jahren eingeführt worden wäre und damit mehr Kunden akquirieren konnten. Herr Leopold, sind Sie bei ähnlichen Geschäftsmodellen hängen geblieben? Hat Sie Ähnliches fasziniert oder gerade etwas anderes, wie Sie noch herausheben möchten? Ich denke, geschätzliche Damen und Herren, guten Abend zuerst einmal miteinander. Ich denke, es gibt die Kombination vielfach von verschiedenen Geschäftsmodellen, die es am Schluss auch ausmachen kann. Ich habe hier zum Beispiel gerade ein Beispiel, das ich erwähne möchte. Das ist ein guter Freund von mir. Der hat hier in St. Gallen das Brottabel, das Verkauf, Geschirr, Gläser, alles was zum Haushalt gehört. Und er ist noch ein leidenschaftlicher Koch dazu. Er hat dann vor, ich weiss nicht vor wie vielen Jahren, vor ungefähr sieben, acht Jahren angefangen, eben auch noch Kochschulen zu geben. Kochschulen, wo ich mit meinem Kader, mit meiner Mannschaft, mit meiner Firma, am Abend kochen kann. Dort verbindet man dann Emotionen mit schönen Geschirr, mit schönen Gläsern. Und so ist der Schritt viel schneller gemacht, schlussendlich auch in den Laden hinein. Also Emotionen mit einem guten Gefühl, etwas verbinden, das gibt einen Herzentscheid am Schluss und dort ist weniger der Preis dann Ausschlaggebend. Also Emotionen, Love, Mark, wir haben Abo gehört, wir haben alles aus einer Hand gehört. Herr Rees bei der PwC, können Sie uns verraten, welches ist Ihr Erfolgsgeschäftsmodell? Also sicher tun wir dadurch, dass wir drei verschiedene Dienstleistungsbereiche haben, auch noch studieren über Cross-Selling. Das ist sicher ein Thema, wenn wir in einem Dienstleistungsbereich die Kundenbeziehung haben, wo kann man in anderen Dienstleistungsbereichen am Kunden noch Nutzen schaffen. Aber auch die Frage, die sich da immer stellt, in dem Bereich, alles aus einer Hand, ist natürlich die internationale Tendenz, was die Unabhängigkeit anbelangt. Die Unabhängigkeit ist ein grösseres Thema international. Das wird auch auf die Schweiz übertragen. Es wird international bei Börsenkotierten dass es eine automatische Rotation von den Revisionsfirmen geben wird, nicht nur vom Leitenden. Das wird auch da übertragen. Bei der KMU sage ich amix Feuer frei. Weil letztendlich geht es darum, dass man nicht immer nur die Risiken sieht. Die gibt es auch zu Bewerkstellungen, zu beurteilen. Aber das sind auch Chancen. Wenn man wirklich die ganzen Dienstleistungspaletten am Kunden anbieten kann, im Wissen, wo die Grenzen sind, wo ist die Unabhängigkeit tangiert, wo ist die innere Einstellung nicht gegeben oder wo gibt es Tatsachen und Fakten, wo dieser Unabhängigkeit entgegengesetzt wird. Darum denke ich, Cross-Selling und alles aus einer Hand ist gerade im KMU-Markt sicher ein wichtiges Modell, das wir auch aktiv umsetzen. Also die BWC steht für alles aus einer Hand. Denken Sie aber, ist es wirklich immer sinnvoll, wenn der Kunde wirklich alles aus einer Hand kriegt? Ist es nicht auch vielleicht einmal, wenn man so ein wenig open-minded ist und sagt, oder empfehlen Sie vielleicht Ihren Kunden sogar trotz Ihrem Geschäftsmodell alles aus einer Hand, dass Sie mal eine andere Meinung einholen sollen? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man die eigene Meinung, die man mit dem Kunden hat, auch mal testen kann. Stimmt das? Und da braucht es auch die Offenheit, wenn man solche Themen mit den Kunden auch aktiv besprechen. Ich habe auch schon mögliche Aufträge abgelehnt, genau weil das Thema war, wo man gesagt hat, alles aus einer Hand. Da gibt es vielleicht auch gefährliche Situationen und es ist besser für den Kunden, für sein Umfeld, wie auch für uns, dass man nicht alles aus einer Hand anbietet. Entscheidend ist, dass man das Thema mit dem Kunden rechtzeitig aufnimmt, die Argumente miteinander abwägen und gemeinsam eine Lösung findet. Also das ist auch schon vorgekommen, dass wir gesagt haben, Nein aus diesen und diesen Überlegungen. Herr Leopold, bei Ihnen gibt es ein atypisches Modell innerhalb der Bankenwelt, und zwar das Genossenschaftsmodell bei Reifisen. Wieso setzen Sie auf das? Was bringt Ihnen das Positives für Ihr Unternehmen? Sie sagen es richtig. Reifisen ist in der Bankenwelt mit diesem Geschäftsmodell atypisch unterwegs. Das Genossenschaftsmodell, das ist ja so, dass über die Schweiz verteilt über 300 autonome Genossenschaftsbanken bestehen. Und die Hälfte der Kunden, die Reifisen hat, die sind Genossenschafter. Also erstens sind die Genossenschafter direkt mitsprachenberechtigt an den Generalversammlungen. Sie haben aber auch einen Gegenwert, nämlich für einen relativ kleinen Einsatz kommen Sie einen guten, in der heutigen Zeit einen sehr guten Zins vergütet über. Über die Genossenschaft, die Generalversammlungen dann schlussendlich, da sind auch Emotionen wieder damit verbunden. Insbesondere natürlich in ländlichen Gemeinden, wo es ein Mast ist, wo es dazugehört, dass man an einer Generalversammlung dann dabei ist. Also Genoss, die die Kunden nähen durch das dichte Geschäftsstellennetz, die Emotionen über die Genossenschaft und dann auch, dort muss Ihnen der Verwaltungsrat oder die Bankleitung von dieser Bank, wo ich ja dann daran beteiligt bin, Rede und Antwort stehe für Erfolg oder auch Misserfolg, wo es keinen ist. Also auch dort, man redet dann auf der gleichen Augenhöhe, ich sage dem auch, es gibt eine soziale Nähe, in dem, dass man so nahe miteinander ist. Und das macht das Reifis-Modell schon einzigartig. Da ist vielleicht gerade ein Punkt, wo die PwC natürlich nicht hat. Die emotionale Nähe durch die regionale Verteilung. Wir sind aber auch 15 Standorte verteilt in der Schweiz und letztendlich müssen wir auch daran arbeiten, dass die PwC nicht nur wahrgenommen wird, dass man für die grossen internationalen Konzerne tätig ist, sondern eben auch für die KMU. Und darum sind wir auch stolz. Zum Beispiel hier in St. Gallen sind wir mit 120 Mitarbeitenden vertreten, wo ein immenses Wissen vorhanden ist in allen Dienstleistungsbereichen und letztendlich zeigt der Markt auch den Preis. Da sind wir im intensiven Wettbewerb ausgesetzt, aber auch da kann man natürlich die Nähe zu den Kunden an den Tag legen. Wir sehen das, wo es ein bisschen schwieriger ist. Zum Beispiel im Kanton Thurgau haben wir kein Geschäftssitz. Dort ist es schwierig, weil man nicht im minderen Kreis der Wirtschaft als Aussenstehende reinkommt. Und da gibt es sicher auch Gedanken, die wir uns machen müssen, die wir auch in diesem Markt noch vorstossen können. Aber Sie haben ja gesagt, bis jetzt werden Sie ja nicht wahrgenommen bei den KMUs. Gibt es jetzt vielleicht ein konkretes Beispiel, weil wir haben jetzt viele KMUs hier. Was machen Sie denn jetzt, dass man sie wirklich wahrnimmt? Die Wahrnehmung ist vielleicht von der Marke her ein bisschen anders. Wir müssen uns wahrnehmen lassen, die Mitarbeitenden. Und das ist entscheidend, dass man an verschiedensten Veranstaltungen und so weiter, das Auftritt auch rausgeht zu den Kunden, damit man auch den Kunden spürt, die Wärme vom Kunden spürt. Und das ist die Aufgabe von uns, wenn man da einfach im KMU gewisse Zurückhaltung hat, dass man zur PwC als Dienstleister gehen muss. Und das ist eine Aufgabe der Mitarbeitenden, das bekannt zu machen, dass wir auch bei der KMU ein valable Gesprächspartner sind, wo wir gute Dienste erbringen können. Sie haben gerade von der Wärme geredet, also auch wieder Emotionen, die man wecken möchte in diesem Fall. Bei Ihnen, Herr Leopold, ist ja das mit dem Genossenschaftsmodell wirklich auf Emotionen basierend. Sie können ja sogar Events veranstalten für Ihre Genossenschaftler. Das heisst, geht man dann da miteinander mal aufs Feierabendbier, oder? Wie sieht das aus? Bankenvorrat, das ist richtig. Die sind verantwortlich für Events, die es mit ihren Kunden machen. Aber ich will es noch etwas breiter fassen. Als Genossenschaftler, oder wenn Sie gewisse Kriterien erfüllen, dann können Sie teilnehmen an einem Programm. Ein Programm, das heisst, Sie haben zutritt, gratis, zum Beispiel zu 470 Museen in der Schweiz. Sie können über unser Memberportal, das sogenannte Ticketportal, zum Beispiel für Veranstaltungen, in den Tonhallen, sei das sonst irgendwo Tickets zu einem reduzierten Preis für Opern, für Musicals und so weiter bezüglich. Es gibt die sogenannten Erlebnisprogramme, die laufen. Jedes Jahr ist man in einer Region, oder in einem Kanton, oder zu einem Thema, kann man da als Kunde, als Genossenschafter, zum halben Preis, das ist ja auch in der Region Ostschweiz, zum halben Preis, zum Beispiel auf den Sentis rauf und so weiter. Ich finde es ganz viel Beispiel, aber wird denn das auch wirklich genutzt? Das wird sehr stark genutzt. Wenn wir diesen Versand machen dürfen, dann nachher, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber die Übernachtungen in den Gebieten, in denen wir schon waren, nehmen schlagartig zu. Das Gleiche ist mit dem Ticketverkauf in den Skiregionen. Unter der Woche können Sie in acht Skigebieten der Schweiz zum halben Preis ein Ticket lösen. Zuerst hat das eine Reaktion ausgelöst, ja, will man denn das? Aber jetzt, die Veranstalter, die Orte, haben auch erkannt, da kommen Mengen, da kommen Massen, die von diesem Gebrauch machen, und das ist dann wieder auch befruchtend, zum Beispiel auf Gastronomie. Und so heben Sie sich ja dann auch von Ihren Konkurrenten ab. Wie heben Sie sich ab, Herr SPWC, im Gegensatz zu den anderen grossen Fischen, wie Ernst & Young oder KPMG? Wir müssen uns bewusst sein, dass Revision an und für sich ein Standartprodukt ist, der austauschbar ist. Ich habe den Begriff Abo gesehen. Und es ist ja eigentlich auch ein Abo. Wir wären jedes Jahr wieder gewählt. Wir müssen dort natürlich mit dem Kunden die Leistungen anbringen, die wir versprechen. Und dann haben wir gute Voraussetzungen, dass wir wieder gewählt werden. Entscheidend ist aber der Umgang mit dem Kunden. Der Umgang mit dem Kunden, dass man im Sinn des Kunden denkt, mit dem mitdenkt, nicht nur die Revision oder Steuerberatung im Vordergrund sieht, sondern über den Tellerrand ausdenkt. Auch mit überraschenden vielleicht Fragestellungen, überraschenden Vorschlägen mal kommen, im Sinne von verschiedenen Geschäftsmodellen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man eben eine Vertrauensperson wird. Und das führt auch zur Kundenbindung. Und in diesem Bereich kann man sich natürlich schon stark unterscheiden. In dem Sinn und Geist, wie geht man auf den Kunden los? Wie behandelt man ihn ausserhalb der bestehenden Projekte usw. Und darum investieren wir da auch sehr viel in die Ausbildung, dass wir in diesem sehr rationalen Geschäft eben auch Emotionen reinbringen können. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil. Vertrauenswürdigkeit. Die Reifwiese ist von der Schweizer Bevölkerung zu der vertrauenswürdigsten Bank gewählt worden in einer Studie. Ist es nicht aber auch manchmal die grosse Vertrauenswürdigkeit eine Gefahr, dass man dann irgendwo auf glatt einsteht, wenn man so viel Vertrauen hat aus der Völkerung? Das ist überall so, wo ich einen Haufen Anhänger habe zu irgendetwas. Und dort ist natürlich die Gefahr auch grösser, dass der eine oder andere mal unzufrieden sein kann mit dem, was wir bringen. Aber, und das ist jetzt schon ganz wichtig, ich meine, Reifwiese ist jetzt zwölfmal hintereinander zur vertrauenswürdigsten Bank in der Schweiz gewählt worden. Also weit, schlussendlich weit vor der Finanzkrise, die wir im 0809 hatten. Das ist auch daraus auszunehmen. Von der Kundennahe über die Genossenschaft. Man liefert, man liefert Rechenschaft ab, und das gibt Vertrauen. Herr Reis, wie sehen Sie die Zukunft? Meistens ist es ja so, wenn man das Geschäftsmodell hat, ist man meistens auch ein bisschen dahinten. Wie schauen Sie dem entgegen? Also ich bin überzeugt, dass sich gerade im Bereich der Revision in den nächsten Jahren einiges wird verändern. Ich denke an die ganze Digitalisierung der Daten, während wir uns überlegen müssen, wie unser Geschäftsmodell der Revision aussehen wird. Ich war vor zwei Wochen bei einem kleinen KMU mit rund 5-6 Millionen Umsatz. der hat alles digitalisiert von den Rechnungen über Kreditorenrechnungen, Debitorenrechnungen usw. Das ist alles digitalisiert. Also wieso müssen wir immer im Frühling, wenn wir sowieso die Hauptsaison haben, die Sachen prüfen? Das ist verfügbar. Also müssen wir auch in diesem Bereich auf die Bewegungen, gerade in der Technologie müssen wir reagieren. Und da wird unser Umfeld, unsere Tätigkeit als Revision in der Zukunft ganz klar ändern. Da sind wir dran. Es werden Programme entwickelt, wo wir dann unsere Bedürfnisse mit diesen Programmen auch abdecken können. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil Digitalisierung. Da lässt auch sehr viel Spielraum offen. Und wir müssen uns den neuen Möglichkeiten auch stellen, damit wir effizient und effektiv auch das Grundbedürfnis der Revision, nämlich Sicherheit, entsprechend abdecken können. Also da wird, was die Revision anbelangt, ins künftige, in den nächsten 4-5 Jahren einiges passieren und auf uns zukommen. Das bedeutet aber auch, dass wir selber offen sein für Veränderungen, in den Veränderungen neue Stellen, weil stehen bleiben ist auch in unserem Bereich ein massiver Rückschritt. Wie wappnen Sie sich auf die Entwicklungen der Zukunft? Jetzt konnte man aus Frankreich lesen, dass zukünftig Bankkonten am Kiosk eröffnet werden könnten, wo man wirklich gerade mit der Kioskfrau sein Bankkonto eröffnen könnte. Wie vorbereiten Sie sich da? Also das Konto so einfach eröffnen am Kiosk. Wir wären froh, wenn wir ab und zu weniger Formalitäten hätten, dass wir überhaupt das Konto eröffnen dürfen. Da haben wir heute sehr viel abzuklären. Aber ich denke schon, dass das, was Bruno Reiss auch angeschnitten hat, von seinem Beispiel, das er gebracht hat, dass die Digitalisierung ganz grosse Veränderungen noch mit sich bringen wird. Es gibt heute schon Banken, die bieten Online-Hypotheken an. Ob diese Erfolg werden über lange Frist, das ist die andere Frage. Aber ganz sicher muss man sich darauf einstellen, dass es nicht nur einen Vertriebskanal, nämlich den physischen, gibt, sondern dass es einen weiteren Vertriebskanal gibt. Und wenn ich über Vertriebskanal rede, dann rede ich nicht einfach von einem E-Banking, wo ich meine Zahlungen ausführe, von A nach B überweisen, sondern wirklich, wo ich Produkte bezüge oder anfordern kann. Und das ist eine grosse Herausforderung, wo auch mehr Bereitwiese dran sind, wo wir daran arbeiten tun. Und ich bin überzeugt, dass wir unsere Vertriebsart, wie wir daraus her müssen, doch noch stark verändern. Herzlichen Dank, Herr Rees. Herzlichen Dank, Herr Leopold. Weiter zu In-Erweibel. Jetzt kommen wir zum Holz und zum Strauss. Das machen wir so. Applaus Ich möchte mich überleiten zum nächsten Gespräch mit Katharina Lehmann und mit dem Herr Eberle. Herr Cornel Eberle, ganz genau. Darf ich Sie bitte, Sie sind beide Inhaber... ... ... ...